Weiter geht's mit dem siebten Teil, das Markkraft Eisen, Kohle, Gold, Let's Play. Ich hab jetzt hier erstmal dieses Schirm auf drei Blöcke erweitert, muss ich jetzt weiter unten noch fortführen, diese Erweiterung. Und dann hier später mit der Schienstrecke, das ist einfach ein bisschen luftiger hier mit drei Blöcken. Also diese Erweiterung auf drei Blöcke soll dazu da sein, dass ich dann in beiden Richtungen in einem Block Platz habe. Die Schiene soll nämlich immer in der Mitte laufen. Dieser Diamantspitze hat er mir das ja relativ schnell voran. Das ist mit der Gold. Da sind wir Gold. Also ich soll ein neues Mikrofon kaufen, aber ich hab darin kein Erfragen, also welches Mikrofon soll ich denn immer brauchen? Damit ich dann meine Stimmenqualität verbessern kann. Samt mit dem Eisen, das geschieht aber noch über Eisen. Ich werde das natürlich erstmal... So werde ich gleich aufhören, wenn ich jetzt hier abgebaut habe hier. Und ich erstmal hier ein bisschen aufhören, um wieder eine andere Tätigkeit zu beginnen. Und den Koppel noch mitnehmen. Hier ist jede Menge Eisen, auch mit den Goldbahnen. Für also der Navasee. Ich hab die auch ein bisschen aufgemacht. Und damit man dann losfährt. So, jetzt ist die Nacht. Reaper im Haus. Reaper im Haus. Ich muss schlafen. Ich muss jetzt mal ein Reaper im Haus bekommen, der beinahe installiert wäre. Ich muss jetzt hier ein Reaper oder sonstiges Monster. Scheint hier erstmal nichts los zu sein. So, jetzt ist es ein kleiner See, da könnten wir vielleicht nichts passiert haben. Oder hier rein. Scheint aber kein Monster hier zu sein. Die Sonne geht gerade auf. Holte ich mal erstmal die Bäume ab. Da war sieben Blöcke hoch. Ganz schön dichter Tannenwald, der hier entstanden ist. Auch sieben Blöcke Höhe. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen verbrennen, Holz zu sammeln. Da komm ich nicht hoch. Wo ich hab ganz schön Erde hier gesammelt. Hm. Und den nächsten Baum. Da ist noch einer. Ich muss jetzt mal hier gleich die Setzlinge aufsammeln. Aber ich kann erstmal natürlich das Pichtholz hier reinpacken. Da ist 36 Stück einfach so abgeerntet. Und hier ist der Eichenwald. Dabei sind die Eichen hier ein bisschen anders gefärbt, weil hier nochmal ein Pichtenwald steht. Hier sind die Blätterfarben ein bisschen anders. Und Eichen sind nicht so hoch wie die Tannen. Die sind meistens immer hier vier bis sechs Blöcke Holz pro Baum. Ich brauche ja auch eine Menge Holz dazu. Jetzt sind erstmal alle Eichen gewesen. Ich brauche mal 28 dazu. Und jetzt kommen noch die Birken. Hier sind nämlich hier alle Bäume abgeholzt. Die Birken sind immer einen Block höher. Und dann meistens ist ein Block höher als. Schon fallen hier die ersten Setzlinge ab. Die haben hier die Birken-Setzlinge gepackt. Und dann kein Wasser. Soll das Holz da reinpacken. Kann ich ja auch schon nicht generell so züchten, das Holz. Noch mal drei Birkenholz rein. Hier kann der Setzling schon mal rein. Hier liegen schon wieder so viele Setzlinge. Also Eichenbäume, die lassen so viel mehr Setzlinge fallen. Selbst ein Stück habe ich da jetzt schon. Da liegen auch schon 45 Setzlinge drin. Aber da ist ein Baum noch nicht abgeholzt. Das ist aber eine relativ ergebliche Holzfahne hier anscheinend. Der auch viele Setzlinge produziert. Diese Setzlinge könnte man ja auch verbrauchen. Also Setzlinge, die braucht man nicht sammeln. Die kann man auch verbrennen, wenn man die nicht braucht. Weil die meistens immer mehr Setzlinge abgeben, als man braucht. Und Einsetzlinge reicht ja immer für einen halben Brennvorgang. Also kann man die da ganz gut mit verbrauchen. Jetzt muss ich mal hier noch das Sweet aufsammeln. Und noch ein paar Reizen-Samen erhalten. Hier ist ein Nahrungsversorger für die kommenden Stunden, sozusagen. Hier noch drei Brote und jetzt habe ich wieder 13 Weizen abgeerntet. Und ich könnte eigentlich mal ein bisschen Sand hier abernen. Wo ist denn hier Sand? Da hinten ist Sand oder? Es ist Mittag. Dann kann ich mal hier ein bisschen Sand abbauen. Und der Sandabbau ist gedacht, um um es mal mit den Glas mein Haus dahin zu bringen. Und die Lava. Mehr Sand habe ich da schon in der Bindung. Und dann kann ich das auch in der Bindung. Ich weiß mal den ganzen Sand ab. Den ich hier abbauen kann, ohne dass Wasser reinläuft. aber mit dem wasser kann ich jetzt auch wieder hoch theoretisch muss das jemand volllaufen da muss es hier theoretisch mal volllaufen, derweil würde eigentlich dieser pegel kaum absinken weil es nämlich eine sehr riesige fläche ist würde ja eigentlich nix absinken aber das wasser sollte hier immer weniger werden, um es hier ein bisschen realistischer zu machen dass dann unten, dass die den damit volllaufen, um es näherlaufen, sozusagen dass der wasserpegel immer um den 16. Block absinkt die Erde brauche ich auch nicht, man braucht die Kobbel nicht aber hier den Eisenerz kann ich hier reinpacken den Sand habe ich jetzt hier gesammelt 63 Stück immerhin jetzt muss ich wieder ein bisschen Holzkohle herstellen sieben Stück, äh zehn Stück habe ich jetzt hier ich muss erstmal ein bisschen Holz die restlichen Setzlinge aufsammeln die hier rumliegen ich gebe nochmal sechs Stück da liegen auch nochmal welche hier hinbäume ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs und fliegen und dann wiederum sieben und dann wieder rein so jetzt über 61 Stück schon und dann hier wieder ein paar Setzlinge aufsetzen zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und dann habe ich noch ein paar mehr Setzlinge und dem Holz habe ich ja 61 Stück das heißt ich könnte da nicht aus dem Holz erstmal Holzkohle herstellen hier sind wir hier auch ein Holzkohle Fabrik hier können wir noch was da rein hier habe ich ja noch 16 Stück hier habe ich ja noch 64 Eisen und da ist auch nochmal 64 Eisen jede Menge Eisen ich brauche noch ich könnte jetzt mal den Rest noch versorgen und da brauche ich noch 7 ich nehme das Eisen und Gold mit und will daraus 64 Stacks machen hier ist so eine ganze Eisenlinie hier dass ich da ein 64 Stacks bekommen und muss ich noch Gold den Rest machen hier ist eine Menge Gold mit ein paar Fackeln hier rein da habe ich nämlich die Beine jetzt auf 64 voll gemacht also 64 auf 6 voll der Ofen brennt schon jetzt kann ich hier 64 Gold packen und hier 64 Eisen und hier kann ich das hier auch halbieren und hier rein packen und hier wird Holzbole hergestellt und dann soll ich immer hier Schiene soll ich losgehen ich mache aber jetzt mal noch Erde hier weg sieht mir nicht so schön aus in der Erde in meiner Wohnung sozusagen in meiner Wohnung sozusagen hier soll keine Erde rinne vorkommen ich muss natürlich diese Erde auch weg und ich muss auch erstmal schlafen weil da draußen nämlich Ehrlichkeit, das lange nehme ich schon auf ich muss mal kurz nach 14 Minuten hier soll hier natürlich das Dichtenholz hier habe ich 30 Stück davon noch das kommt hier jetzt wieder mit Dichtenholz zu damit hier erstmal die zweite Ebene auch aus Dichtenholz besteht hier habe ich jetzt ein bisschen Erde raus gewonnen ich könnte den jetzt noch wegschmeißen das Gunpowder brauche ich grad nicht das Feine brauche ich nicht das Schackeln habe ich genug die Erde brauche ich grad nicht das Neune brauche ich grad nicht ich kann natürlich wieder ernten ich kann natürlich wieder ernten es gibt drei Samen mehr ich kann jetzt immer mehr Weizen bekommen nochmal ich geht jetzt hier direkt ans Haus dran die Weizen haben jetzt könnte ich schon mal anfangen die Schiene zu legen und dann brauche ich das also die Holzbohleproduktion die brauchst du ja ab und so auch da oben und natürlich ein bisschen Gold und Eisen und auch Redstone und dann brauche ich nämlich um die um die die Stücke hin da muss ich mal Sticks machen also ein 64 Stacks an ein 64 Stacks würde schon mal reichen und dann nochmal schau mal hier da fliegt 6 ne 6 12 18 24 raus zack man könnte eigentlich sagen man könnte eigentlich sagen pro Goldbarren kriegt man ja den Restpacke jetzt mal wieder weg und da ist schon wieder Eisen drinne da ist Gold drinne und da ist auch noch Eisen drinne wird auch schon wieder gebrannt hier kommt eine so na so jetzt 3 normalen Wails und dann hier 2 Booster-Wails 1 2 3 so muss ich das ein bisschen anders machen zack natürlich hier runter graben natürlich hier runter graben bis die Strecke dann gelegen ist da kann es noch nicht dauern nur noch ein bisschen Erde am Weg abgraben Gold jetzt hier erstmal die Steine mitgraben Gold sind wir schon wieder bei 18 Minuten Aufnahme das soll heute diese eine Party damit hochgeladen werden werden ich komme hier noch ein bisschen weiter nach unten voran damit ich diese Arbeit am nächsten Tag auch fortführen kann ich höre erstmal hier auf damit ich erstmal wieder ein bisschen Schiene nachlegen kann ich kann natürlich die Häufigkeit am Booster-Wail erhöhen da ich keinen Golden Mangel habe durch diese sehr aufgeben Gold vorzukommen das ist immer so ein 3er-2er-Rhythmus muss kurz hoch ich merke ja auch gerade dass die immer leicht so runter geht aber Äpfel esse ich lieber noch nicht wo ist mein Brot hin wo ist mein Brot hin da ist es noch nicht nacht drauf da ist es noch nicht nacht drauf da ist es tagsüber Brot hat es wahrscheinlich hier reingepackt oder da sind die gar nicht da sind sie gar nicht da sind sie hier reingepackt ach hier sind sie drinnen so jetzt mal ein bisschen Nahrung wieder auffüllen die Schienen brauche ich jetzt mal nicht wenn man da schon wieder ein bisschen Weizen hätte ja gut also immer wenn ich hier eine lange Schienenstrecke lehne von den Koordinaten die man hier sieht und da ist das Seed und dann natürlich die medlein Gold und Eisenwerte auf Maximalstellen und das bekommen jetzt habe ich wieder 18 und 17 das heißt 18 Eisen und 17 Gold noch alles hier am Arbeiten da bin ich fast fertig 57 Kohle oder Holzkohle ist das wie gesagt die Holzkohle kommt hier in den Ofen rein um hier den Sand zum Glas zu verarbeiten in der nächsten Part hier in der nächsten Part könnte ich gleich auch hier alles theoretisch hier alles aus Holz bestehen lassen oder hier oder hier ein Glas vorhanden vor vorhanden zu machen über dem Lavasee das sehen wie das ein Glas hin kommt kann ich hier schon mal vorbereiten ich hoffe mal dass der Tag euch gefallen hat dann zeigt euch einen Daumen nach oben einen teilen favorisieren gerne auch einen abonnieren und sonst kommen einfach noch ein paar mehr Videos wenn ihr nicht abonniert werdet ich hoffe mal dass es euch gefallen hat bis dann und ciao auf